Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einer neuen Folge ChiroPraktik. Wir haben heute die Kiki da. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und ja, wir haben uns vor drei Minuten kennengelernt. Insofern, außer dass du einen roten Pullover hast, weiß ich noch nicht wirklich viel von dir. Erzähl mal was. Was kann ich für dich tun? Warum bist du hier? Also, ich habe schon seit längerem Schmerzen immer wieder einen Kopf und das strahlt von den Schultern aus oder vom Nacken. Was war dir im Kopf gesagt? Kopf. Am Kopf. So hier. Okay. Ja, und ich habe ein Phänomen, ich weiß nicht, ob das normal ist. Hier, wenn ich da drücke und auf der anderen Seite, das tut höllisch weh. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe schon mehrere Leute gefragt, ob das bei denen auch so ist. Weiß ich nicht. Ja, und manchmal auch im unteren Rücken. Wollen wir erst oben bleiben? Ja. Bleiben erst oben. Ja, melden sich diese Punkte von alleine oder nur, wenn du reindrückst? Nur, wenn ich drauf drücke. Aber es ist mir immer so aufgefallen. Aha. So, gut. Das ist schon gut zu wissen. Jetzt hast du aber gesagt, also die Probleme am Kopf. Was heißt das? Das musst du mir nochmal versuchen, ein bisschen genauer zu erklären. Ich habe Kopfschmerzen und das strahlt halt vom Rücken, Nacken, Schultern aus. Also das merke ich halt. Du zeigst jetzt die ganze Zeit rechts. Ich glaube, rechts ist schlimmer. Aber links hast du es auch. Ja. Das war, okay. Wann treten Kopfschmerzen auf? Das ist ganz unterschiedlich. Teilweise schon morgens. Teilweise erst nach der Arbeit oder während der Arbeit. Gut. Dann denk mal an die Kopfschmerzen. Wie sind die dann beidseitig? Ziehen die nach vorne? Bleiben die eher hinten? Meistens zieht es nach vorne irgendwann. Hast aber so Richtung Migräne geht es nicht. Mhm. Dass dann die Augen richtig anfangen weh zu tun, dass du dann ein bisschen Dunkelheit brauchst, also dass du keine Reize mehr haben kannst? Manchmal schon. Das ist aber dann wirklich extrem. Dann nehme ich da noch eine Kopfschmerzen-Tablette. Mhm. Okay. Und dir ist aber noch nie irgendein Auslöser aufgefallen? Nee. Okay. Gut. Versuchen wir es mal so. Wie regelmäßig? Also kommt das jede Woche vor? Ja. Oh, das war deutlich. Also häufiger in der Woche? Es ist immer... Ich habe da jetzt kein Tagebuch geführt, aber mir fällt es schon oft auf, dass es so ist. Gut. Apropos Tagebuch. Seit wann ist das so? Also ich war früher mal in Physiotherapie irgendwie. Aber da wurde auch nicht richtig viel so gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass es irgendwann mal besser war in meiner Sporthochphase. Aber ja, es ist schon länger. Lecker? Entschuldigung. Was hat dir denn geholfen? Also Sporthofer, hast du gesagt, Sport hat dir geholfen. Oder? Habe ich das gerade nicht verstanden? Ja, doch. Ich denke schon. Was hast du da gemacht? Fitness-Body-Pomp. Ja. Ja. Machst du nicht mehr? Doch, aber seltener. Seit Corona. Also wegen Corona weniger. Ja. Ich habe noch einen Fitnesskurs montags, den ich auch selber leite. Und da mache ich mir jetzt einmal die Woche jetzt gerade Sport. Den du selber leitest sogar? Mhm. Ja, okay. Gut. Nehmen wir das erstmal so hin. Untraue. Hast du vorhin... Dann merke ich das auch. Und meine Nichte ist jetzt auch da. Und wenn ich die immer... Dann merke ich das ganz extrem. Und zwischendurch halt auch. Ich bin ein Bauchschläfer. Das hat glaube ich auch viel da. Ich kann mir dieses Verbotsschilf für Bauchschläfer eingeladen. Ich kann das... Ich kann das nicht schlafen. Ja, das stimmt nicht. Man kann sich immer umgewöhnen. Es ist schwierig. Ja, kann auch ein bisschen dauern. Aber man kann sich immer umgewöhnen. Also... Du hast selber gesagt, das ist nicht gerade zuträglich. Warum denn wohl nicht? Was meinst du denn? Was ist an einem Bauchschläfer-Dasein nicht so gut? Die Haltung. Naja, das stimmt. Nämlich. Die Kopfhaltung. Das ist nicht... Mhm. Diese extrem rotierte und dann noch zur Seite weggeknickt. Das ist tödlich für den Nacken. Ja, ich wache auch schon manchmal auf. Und bei Papier... Schläfst du die ganze Nacht auf dem Rücken? Oder wuselst du dann auch mal so ein bisschen durch? Ich glaube, die meiste Zeit eigentlich schlafe ich so ein bisschen seitlich. Und du kennst immer auf den Bauch ein? Ja. Okay. Gut. Das lässt es dann jetzt. Das ist total schwierig. Ich weiß. Aber du musst versuchen, dich da umzugewöhnen. Weil das ist eine... Es wird wahrscheinlich einige von den Zuschauern geben, die sagen, Hey, ich penne auch immer auf dem Bauch und habe gar keine Beschwerden. Wartet ab. Das kommt noch. Du sitzt ja auch bald hier. Nein, es ist wirklich so. Also die Bauchschlaf... Also die Lage ist erstens für die Halswirbelsäule nicht gut und zweitens für den unteren Rücken nicht. Weil meistens die Lendenwirbelsäule dann auch noch ein bisschen durchhängt. Man ist oben erhöht. Ja. Durch das Kopfkissen. Und dann bildet sich unten im Schlafen sogar noch so eine Art Hohlkreuz. Und es provoziert auch noch die Lendenwirbelsäule. Das ist für beide, für deine beiden Hauptstellen nicht zuträglich. Und das machst du jede Nacht für durchaus eine längere Zeit. Und so viel kann ich heute gar nicht behandeln, als dass man das dann aufhören könnte. Du provozierst dich jede Nacht. Und das ist schon mal eine Grundsatzentscheidung, die du für dich treffen kannst. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du das weitermachst, werden die Beschwerden höchstwahrscheinlich bleiben. So, haben wir das erst mal. Einmal, länger. Gut. Jetzt weiß ich aber noch nicht so richtig viel über den Schmerz unten in der Lendenwirbelsäule. Ist der mittig? Ist der rechts? Ist der links? Wie fühlt der sich an? Da brauche ich noch ein paar Informationen zu. Mittig schon, denke ich. Mittig. Gut. Der ist dann auch nachts, morgens, tagsüber. Also auch, der kann immer auftreten. Ich glaube, der ist eher nicht morgens. Also das ist dann wirklich schon... Schon eher durch die Belastung am Tag. Okay. Wie ist es beim Sitzen und Aufstehen? Gut. Hast du noch nie was gemerkt, ohne dass das so richtig provoziert. Irgendwas ausstrahlen ins Gesäß oder in die Beine mal gehabt? Nö. Gut. Okay. Und das ist auch schon sehr lange im unteren Rücken? Das habe ich hin und wieder mal. Also mehr die Probleme hier oben. Okay. Gut. Sonst noch was? Ein sonstiges Problem bei mir. Ja, ich habe Probleme mit dem Knie beim Laufen. Das heißt, es fängt in der Hüfte an. Und es streitet irgendwann ins Knie. Und ich bin in Hermann gelaufen. Und beim zweiten Hermann war es dann nicht mehr so gut. Und seitdem laufe ich gar nicht mehr. Und ich kann auch gar nicht so genau sagen, das ist irgendwie so ein ganz komischer Schmerz in der rechten Hüfte. Ja. Und seitdem du jetzt nicht mehr joggst, tritt das auch nicht mehr auf? Also ich habe es schon bemerkt, beim Fitness laufe ich auch ein bisschen. Auf dem Laufband meinst du jetzt? Nee, nee. Wir laufen dann krass. Ach ja. Body Attack? Nee. Vom Fitnesskurs von der Uni. Ah. Okay. Und da merke ich das auch schon teilweise. Selten, aber auch da schon. Vorher ist es so Kilometer 23 oder so aufgetreten. Ja. Und jetzt mittlerweile aber auch schon. Ich habe es immer wieder versucht. Ab zwei, drei Kilometern ist das schon. Aber so viel Zeit heute. Linda muss noch weg. Okay, gucken wir mal, was wir alles finden und schaffen. Wie lange ist das schon? Wie lange ist das jetzt? Ich laufe jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr. Ja, also davor war das auch schon. Ja, es hat angefangen mit dem Laufen. Und gelaufen bin ich dann zwei Jahre. Zwei Mal jahre mal und dann kaputt. Ja. Okay. Gut. Reicht. Reicht. Da bin ich viel, viel zu untersuchen. Okay? Gut, wir fangen mal an. Okay, fangen wir nochmal an. Und guck mal einfach mal in Rückenlage. Rücken gucke ich mir gleich an. Fangen wir mit deinem letzten Problem an. Hüft. Ich nenne es jetzt erstmal Hüft. Und was da ein bisschen komisch ist, ist, wenn du rechts diese Beschwerden hast, warum ist dein rechtes Bein dann kürzer? Na ja, ich muss erstmal nochmal, weil rechts ist eigentlich, wenn das Bein was kürzer ist, das wird eigentlich immer mehr belastet. Macht ja aber nicht wirklich Sinn. Wenn du auf der rechten Seite deine Beschwerden immer waren, oder? Ja. Das war aber rechts, so sag ich. Ja, richtig. So, durchbewegt, komm runter. Und das ist relativ eindeutig auch, wenn ich mir hier die Knöchel angucke, zusammenschiebe, ist der deutlich tiefer der linke als dein rechter. Das heißt, wir haben da definitiv eine Beckenproblematik. Wir können mal gucken. Komm mal hoch mit dem Oberkörper. Hoch. Jo. Siehst du das? Die Knöchel. Das. Ne? Ja, von hier aus. Leg dich nochmal hin. Das ist für euch immer ein bisschen schwierig zu sehen, wie die Fersen. Das hier stoße ich gegen die Fersen. Okay, also, das nehmen wir erstmal auf. Das ist, passt auf jeden Fall nicht wirklich. Du hattest dann hier diesen, so seitlich, oder? Hier vorne. Ja, erstmal seitlich. Hattest du sonst schon mal irgendwas mit den Knieproblemen? Nicht vorgelaufen. Ja, aber sonst schon. Seitdem ich da gelaufen bin, war diese Zeit. Also, dann fing das halt an mit den Knie. Bleibt, bleibt kurz. Der linke geht flöten. So, das ist ja. Ist von beiden Seiten relativ gleich. Das geht. Genau. Wann hat das für das letzte Mal hier Beschwerden? Das ist schon jetzt ein bisschen her. Oh. Okay. Also, von der Spannung her, die man zu tasten, die man tasten kann, hätte ich jetzt auf der rechten Seite eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Hier oben. Geht. Gehe ich runter, geht auch noch. Wenn ich jetzt in Richtung Knie komme, wird das hier auf der Höhe, habe ich hier auf der rechten Seite doch deutlich mehr Spannung als auf der linken Seite. Und, wenn ich dann hier zum Wadenbein komme, das ist relativ deutlich, das bewegt sich nicht so richtig, hier ziemlich locker, ziemlich locker, hier nicht. Ziehe mir die Fußspitzen nach, soweit wie es geht. runter, richtig runter, soweit wie es geht, genau. Okay, gut. Fuß in den Rand mal so zusammenziehen, so hoch. Außen. Für Brubane. Okay, lass mal los. Locker. Ist mir bisher noch nicht so wirklich aufgefallen. Weidesprunggelenke ziemlich fest, rutsche noch ein Stück nach oben. Also man merkt schon diesen seitlichen Zug hier, weil dieses Gelenk hier unten, da, da hast du auch so komische Augenbewegung, das bewegt sich nicht richtig. Aber da unten, also das tat jetzt weh, aber sonst kann ich mich nicht dran... Du meinst diesen Punkt, nee, aber das hier seitlich, das kennst du, ne? Und diese Struktur, die geht halt bis da unten hin halt, ne? Und man merkt das in dem Gelenk, das hier vermehrt Spannung ist, vor allem hier unten. Okay, nehmen wir das auf, dann setz dich mal bitte einmal auf, die, einmal da, die beiden raus, genau. Das T-Shirt, das ziehst du mal bitte einmal aus und legst ihn neben dich. Dann kommen wir mal zum Corpus Delicti, äh, komm mal ein Stück zurückgerutscht bitte, und dass die Kniekehlen gleichmäßig an der Bank sind, jo. Mhm. Na, das sind doch mal schöne Grübchen. Hier kann man gut reinfallen, das ist toll, das ist nicht immer der Fall, boah. Okay, die Gelenke kann man mal richtig gut tasten. Bin da kitzelig. Hier mit dich? Nee, meinst du auch nicht. Hier mit dich? Da bist du kitzelig? Ja, wenn man da so lang geht. Das werde ich dir heute austreiben, keine Sorge. Wenn du diese Beschwerden hast, unten, würdest du sagen, das ist hier in dem, in dem Bereich? Da. Da, aha, okay. Das war ein... Da? Ja. Das war eindeutig. Da, okay. Das war eindeutig. Da, hier gerade, irgendeinen Kringel hingemacht. So, jetzt gucken wir mal von unten. So, vom Tasten her hätte ich das eigentlich ein bisschen eindeutiger, dass auf der rechten Seite mir mehr auffällt. Ist mir jetzt aber erstmal nicht. Das hier ist L5, den fünften Lendenwirbel, den merken wir uns schon mal. Einmal nach vorne beugen bitte. Und dann kommen wir hoch, deswegen sind Bewegungstestungen auch immer ganz gut, selbst wenn man nichts so richtig tasten kann. Da haben wir so ein Bein eigentlich schon gesehen, aber die Beinlänge kann man nie so hundertprozentig Nur als Aufhänger nehmen. Einmal nach vorne beugen. Und kommen wir hoch. Nochmal. Und hoch. Alles rechts. Nochmal. Na, kommen wir hoch. Nochmal. Und hoch. Jetzt geht's auf die linke Seite. N3. Nochmal nach vorne. Und hoch. Und nochmal. Okay, gut. So. Also. Dein Becken bewegt sich hier rechts auf der rechten Seite nicht richtig und damit auch dein fünfter Lendenwirbel. Der hier, der ist der Schlinge. Und diese Spannung, die wird hier dein Becken beeinträchtigen und zieht dann hier seitlich runter. Das ist gar nicht so dermaßen unüblich, dass die Struktur sich dann meldet. Auf der linken Seite haben wir deinen dritten Lendenwirbel, der sich nicht richtig bewegt. So. Jetzt gucken wir einfach erstmal weiter. Gucken wir uns die Brusthübelsäule an. Und. Hat das auch dann vielleicht damit zu tun, dass ich, wenn ich mich so, dass ich nicht nach unten komme? Du kommst nicht gut nach unten. Ne. Ne. Ne, das hat damit nicht wirklich was zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man einfach wirklich, also deine hintere Struktur hier, da ist schon viel Spannung drauf. Auf deinen Beinen hinten, dann wird auch wohl noch ein bisschen mehr Spannung sein. Aber ich glaube, dass das, das war wahrscheinlich schon immer so, oder? Dass du noch nicht, nicht zum Boden gekommen bist, runter gekommen bist. Ja. Ja. Und das wirkt sich jetzt nie, nie so richtig positiv auf den Rücken aushalten. Ne. Wenn man da in den Beinen eh schon verquitzt ist. So. Hier ist eine Rechtsrotation. Hier wird es wieder gerade. Ich habe auch, wenn ich mich stecke und so, dann tut mir die ganze Schulter weh. Die rechte Schulter. Mhm. Tut mir einen Gefallen. Guck mal nach rechts, soweit es geht. Und nach links. Okay. Nochmal nach rechts. Nochmal nach links. Okay. Ein bisschen eingeschränkt. Beides. Einmal Kinn Richtung Brustbeimitte. Gut. Und einmal in den Nacken. Das tut auch oft sehr weh, wenn ich das mache. Wenn du das machst. Mhm. Das ist schon mal ein gutes Wissen. So. Hier haben wir eine C1 Rotation. Relativ deutlich. Hier komme ich mit dem Finger rein. Hier bleibe ich stehen. Das heißt, C1 ist so rotiert. Dein erster Halswirbel. Was denn? Wir sind in irgendeiner Untersuchung. Mhm. Ich gehe gleich nach Hause. Ja. Aber das Ding ist, wir schließen hier immer ab. So. Einmal nochmal hoch. Gott. Den Rest gucke ich mir, glaube ich, halt. Aber hier auf der linken Seite, da passt auch was nicht. Okay. Wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Ähm. Okay. Pass auf. Was? Ne. Der Holzstock ist durchgebrochen. Ähm. Kannst du das T-Shirt bitte wieder anziehen? Ja. Dann. Gut. Gut. Dann. Tu mir einen Fall. Lichte ich mal auf den Rücken. Komm. Dann wollen wir noch mal gucken. Was ist das hier vorhin anstrengend? Na ja, schlecht ist das nicht, ne? Ist aber anstrengend. Mhm. Ja, ist gut. Also, das habe ich schon ein weiteres schlechter gesehen. Das war jetzt 90 Grad. Und weiter musst du da auch nicht kommen. Aber das ist voll und ganz okay. Okay. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Können wir in den Getriebe in die Hose ein bisschen höher. Ah. Sehr gut. Ne. So. Okay. Ich muss hier an. Die seitliche Struktur. Ich fange ja jetzt an. Wir fangen jetzt von unten nach oben an zu arbeiten. Also eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, warum du hier bist, sind deine Kopfschmerzen. Ja. Genau. Ja. Wir fangen jetzt aber mal an, deine Problematiken von unten nach oben zu bearbeiten. Ja. Ich nehme das hier mit, weil das ist mir zu offensichtlich auch mit der Hüfte und mit dem fünften Lendenwirbel. Ich möchte jetzt hier die Seite erstmal bearbeiten und dann das Gelenk mobilisieren und deine Sprunggelenke. Die sind mir auch zu fest. Dann gehen wir an die Hüfte. Dann gehen wir, äh, ja, also ein bisschen was zu tun. Wann bist du denn das letzte Mal behandelt worden? Oh, so es fühlt sich an wie noch nie. Okay. Also so noch. Also ja, ich hatte schon mal da genau eine Faszienbehandlung. Ja. Mit so einem Schrepfglas. Mit so einem Schrepfglas. Oh, ho, ho, ho. Das ist viel. Ja, das ist gerade auch viel. Das mache selbst ich nicht. Oh, ho, 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 ho. Das war kurz vor dem Hermannslauf. Ich war verzweifelt. Hm. Hermannslauf, ne, ist übrigens auch so eine Sache. Ich bin ja auch so ein Knieopfer. Das hat allerdings was mit meinem Wachstum zu tun. Ich bin ja keine Ostwestfale, ne. Ich bin aber vor über zehn Jahren hierhin gekommen. Und dann, also das erste, was mir gesagt wurde, wenn du Ostwestfale sein willst, musst du dann Hermann mitlaufen. Da habe ich gesagt, na gut, ob ich jetzt Ostwestfale sein will, sei mal dahingestellt. Hermann mitlaufen würde ich gerne. Aber, habe ich schon gesagt, eine schöne Strecke. Ja. Durch den Teutoburger Wald. Wie viele Kilometer nochmal? 31,1. Und ganz viel hoch und runter. Sehr viel hoch und runter. Das heißt, sehr kniebelastend. Geht übrigens, und das Schlimme ist, also was heißt das Schlimme, was für die Knie nicht so gut ist, am Hermannsdenkmal geht das los. Und dann läufst du, glaube ich, erstmal lange Zeit runter. Ja. Und das ist für die Knie halt sofort schon mal echt eine große Herausforderung. Das war für mich, da dachte ich schon, nee, das wird leider für mich nichts mehr. Ja. Das war, glaube ich, auch mein Fehler. Ich bin da. Oh Gott. Was? Ja. Kiki, es gibt die Stopp-Taste. Und ich, okay, ich habe schon gemerkt. Genau. Atme mal durch. Oh Gott, warum tut das denn so weh? Au. Weiß nicht, du hast gesagt, eigentlich deine ganzen Beschwerden sind schon jahrelang da. Ah. Jahrelang. Und, ähm, gerade diese seitliche Struktur ist mit eine der unangenehmsten. Ja, ist es. Und, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe hier. Ähm, doch bestimmt, oder? Ich hatte mal einen schlimmen Unfall beim Basketball. Da habe ich mir dann auch das Wadenbein richtig ausgerenkt. Wow. Das hat aber über ein Jahr keiner bemerkt. Okay. Was ich dann hier mal beim Therapeuten war. Und der hat fünf Behandlungen nur diese seitliche Struktur bearbeitet. Mit so einem Holzstock. Oh Gott. Weil früher hat man so Querfriktionen mit dem Holzstock gemacht. Da hat man ja zehn Minuten richtig Hitze draufgepackt. Und dann mit dem Holzstock richtig schön tief rein, damit sich das löst. Weil dann kannst du auch nur richtig mobilisieren und dann bleibt das Ding auch da, wo es sein soll. Insofern, was will ich dir damit sagen? Ich bin froh, dass ich keine Holzstöcke habe. Ähm, nein. Das ist hier an der Seite immer. Also, was heißt immer? Aber du hast ja jetzt wirklich über lange, lange Zeit Spannung aufgebaut. Und es gibt zwei Stellen, die besonders interessant sind. Das ist einmal hier. Und einmal hier. Und das spürt man hier. Oh, 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 oh. Okay, das war so ein flehender Blick. Gut. Ich mache ein bisschen weniger. Gehen wir noch mal weiter nach unten. Ich habe gerade gedacht, so zweiter Teil, ob sie wohl noch mal wiederkommt. Ja. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, weil wir haben gerade erst angefangen. Ja, so ist das immer mit den Beschwerden. Ja, ich bin mir gerade in der Klaren bestehen. Ist dir schon mal aus Versehen, was gebrochen ist bei so einer Reihung? Nein, bisher noch nicht. Nein, bei den anderen. Bei den anderen. Nein, bei den anderen auch noch nicht. Nein, tatsächlich nicht. So. Gleich. Gleich hast du es geschafft. Gleich hast du es geschafft. Und durchlaufen. Gut. So. Einfach ein bisschen entspannen. Die klaue ich dir mal einmal. So. Das Bein, das kannst du einmal lang machen. Und das einfach abschneiden. Jetzt kommt was, was nicht weh tut. Ehrlich. Meine Ernst, ich mobilisiere dir jetzt hier dein Wadenbein einmal. Und da gibst du mir gleich Rückmeldung, ob das weh tut oder nicht. Tut das weh? Nein. Gut. Gut. Ging das? Ja. Aber ich mag es nicht. Das hätte mich jetzt auch arg gewundert, wenn du das mögen würdest. So. Hier sind wir fertig. Dann sind wir nochmal runter. Dann Sprunggelenke machen wir mit dem Beidsetzen. Ein bisschen fest. Einmal einfach hier lockern lassen. Genau. Oberschenkel locker lassen. Gut. Andere Seite auch. Okay. Gut. So. Okay. Ich würde sagen, erster Teil haben wir erstmal geschafft. Auf der anderen Seite. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Geschmeidiger, aber noch nicht seitengleich. Aber das können wir auch mit deinem Körper. Dem lassen wir erstmal ein bisschen Zeit, um das alles sacken zu lassen. Und ich würde sagen, du kriegst jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Gut. Gut, Kitty. Dann machen wir jetzt mal mit deinem Rücken weiter. Hast du jetzt schon die ersten Erfahrungen gesammelt und es geht sofort positiv auch weiter. Ja. Insofern, dass du da eins in eine glänzige Säule. Bevor ich mit Lotion anfange, mache ich das immer als allererstes. Kleine Hautfalten-Test. Und der ist bei dir. Relativ fest. Relativ fest. Damit macht man sich nicht unbedingt immer sofort Freunde oder Freundinnen. Ja. So. Das war schon mal der Auftakt. Ich muss das unten, die Hautschichten, ein bisschen gegeneinander lösen. Und jetzt übrigens. Das kannst du dir ja nachher. Nee, bleib mal ruhig. Du kannst dir das nachher im Video angucken. Jetzt guckt mir mal einmal das, was ich vorhin meinte, in Bauchlage. Jetzt schon. Der Kopf ist jetzt super austariert. So kannst du ja im Bett nie liegen. Ne? Sondern musst ihn immer zur Seite drehen. Das musst du jetzt nicht machen. Aber, wenn wir auf den Bauch lachen, guckt euch mal die Kuhle hier unten an. Da. Diese Kuhle. Man sieht das richtig wie hier. Kann man so einziehen. Einzeichnen. Da. Ach so, du bist kitzelig, ne? Da. Das ist eine richtige Kuhle, wenn du auf dem Bauch liegst. Und was haben wir hier für ein komisches Zeichen? Da ist L5. Der wird so immer provoziert. Also das ist jetzt auch nochmal exemplarisch zu sehen, wie das Kreuzbein sich hier abhebt. Wenn ich da reingehe, ist richtig, ich falle hier, ist die tiefste Stelle da. Und komme hier dann richtig gegen das Kreuzbein. Ja. Insofern Bauchschläfer, ne? Bauchschläferin. Entschuldigung. Und. Jetzt Zeit. Kiki, atmen bitte, ne? Ich höre das nicht. Ich höre das, wenn man nicht atmet. Ich kann dabei nicht atmen. Ich kann mich dabei absolut nicht entspannen. Ne. Nein. Das ist mit dem Entspannen, das ist jetzt für die nächsten zwei Tage erstmal ein bisschen schwierig. Grüß. Ja, du wirst natürlich auch morgen, übermorgen was merken von der Behandlung. Höchstwahrscheinlich, so wie sich das hier alles anfühlt. Ich versuche jetzt die Intensität ein bisschen runter zu nehmen. Ich weiß, dass sich das für dich ein bisschen komisch anhört, ist aber tatsächlich so. Ja. Ja. Ja jetzt. Und wir sind ja noch längst nicht oben bei der Halshübelsäule gekommen. Das tut auch weh? Nein, das mit der Halshübelsäule tut mir weh. Ich bin selber schon ein bisschen verunsichert. Redest du sonst recht viel in deinem Leben? Ich glaube noch nicht. Ja. Boah, da gehe ich lieber zum Zahnarzt. Ja, der hat halt auch den Vorteil, dass er eine Betäubung hat. Das stimmt natürlich. Hast du das gehört? Das warst aber du, oder nicht? Das war meine Schuld, ja. Ach, wir haben ja deine magischen Punkte vorhin im Sitzen ganz vergessen, ne? Ja. Mach's mal ganz vorsichtig. Das werden wahrscheinlich ja diese Punkte sein hier, oder? Ja. Warte. Da mach ich doch. Auf jeden Fall hier in dieser Kunde, ne? Ja. Schlüsselbein, vorne Schlüsselbein, Schulterblatt, genau in dem Winkel. Woran liegt das? Ja, das ist ein bestimmter Muskel. Das kann ich dir gleich auch eigentlich mal direkt zeigen. Das ist dein Trapezius, ein Teil von dem Musculus Trapezius. Der geht genau hier, gehen die Sehnen weg. Okay. Und da. Die kommen dann dann aus der Ecke raus. Aber das ist nicht normal, dass das weht und wenn man drauf drückt, oder? Na ja, also eine gewisse Spannung haben wir eigentlich immer in diesem Muskel. Okay. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir halt häufig von der Haltung her unsere Schwierigkeiten haben. Und dieser Muskel immer eigentlich relativ stark arbeitet. nur, dass das hier außen gerade so angespannt ist, das ist nicht typisch. Also wenn ich hier richtig reinfasse, dann merkt das jeder. Okay? Okay. Das hier sind aber die Sehnen. Und wenn ich das hochgehe, haben wir nämlich das Gegenstück. Das haben wir hier oben und das macht deine Kopfschmerzen. Da. Da drückt irgendwie einer so wirklich häufig drauf. Obwohl doch. Du wirst dann mit dem Finger wahrscheinlich auch schon gewesen sein hier oben. Wenn man Kopfschmerzen hat, geht man da eigentlich eigentlich auch immer hin. Gut, langsam rufst du dich ein. Okay. So. Pass auf. Was wir jetzt machen, ist erstmal, dass ich jetzt deinen unteren Bereich, also das Becken nehme ich gleich mit. Mal auf der rechten Seite. Auf der linken Seite machen wir L3. Wir machen jetzt als allererstes den dritten Lendenwirbel. Das heißt, tu mir mal einen Gefallen, leg dich mal auf deine rechte Seite. Also hier mit dem Gesicht zu mir. Ja. Komm ein Stück nach vorne. So ist gut. Okay. Den unteren Arm, den gibst du hier mal. So. Einmal fass mal da an. Die Hand fass da an. Linda, kannst du mal einmal das Kissen geben bitte? Kannst du das bitte einmal da hinlegen? Nein. Okay. Gut. So. Ganz klein bisschen. Das ist mal eine Exzesse. Du kannst vielleicht ins Hohlkreuz gehen. Fass mal da. Ellenbogen, Ellenbogen. Einmal die Arme anheben. Fass mal da an. Festhalten. Genau. So. Jetzt kannst du die Arme einfach locker messen. Hier räumen. 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 Okay. Jetzt atme mal ein. Aus. Einmal auf den Rücken drehen. Ist das überhaupt schon mal bei dir gemacht worden? Ja. Ja. Ich bin in Autopede und ich hasse es. Voller Begeisterung. Tat das weh? Ne. Ist aber auch noch angenehm. Ja. Okay. Es gibt. Ja. Eisessen ist angenehm. Räumen. Räumen auf die Seite bitte. Nein. Das sind Zwangshaltungen, die du sonst nicht einnimmst. Komm. Ein Stück weiter nach vorne. Und. Die nicht unbedingt angenehm sein müssen. Also. Wäre schön, wenn es total angenehm ist. Aber. Geht leider nicht immer. Noch ein Stück nach vorne. So. Den Arm. Müssen wir nochmal. Und das. So. So. Unten strecken. Oben beugen. Unten strecken. Genau. Ja. Richtig. Genau. So. Und hier lässt sich. Oh, das machst du auch super. Und so auf die Hand. Das ist immer dahinter. Okay. Hier müssen fallen lassen. Fallen lassen. Ein. Einatmen. Ausatmen. 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 Nicht immer verrückt. Hast du gemerkt, dass das anders war als auf der linken Seite? Das war tiefer. Ja, kann gut sein. Das war ein sehr recht tiefes Geräusch. Stell mal an. Stell mal an. Nimm mal die Hände auf den Bauchnabel und atme mal durch die Nase ein, durch den Mund aus. Dann trete ich mal auf die Hände, dass das unten ein bisschen in Bewegung kommt, der ganze Bereich. Und du atmest noch ein bisschen weiter und wir machen eine Pause. So, wir machen dann jetzt mal weiter nach dem Schluck Wasser, der dringend nötig war, nachdem wir hier wieder die Temperatur ordentlich angehoben haben im Raum, gehen wir jetzt mal direkt zum Brustwirbel über, weil wir haben hier oben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und da möchte ich die Metall- und Brustwirbel so allem mobilisieren. So. 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 hier ist, dasselbekommen哈哈哈, So von Usually of so Farbe wird was im wesentlich weniger auf jeden Fall. Cela geht aber nicht. Gott, dass mann hier. auf der linken Seite. Nicht hier durch das Spiel. Und hier rechts. Da ist er nicht. Jetzt gehen wir mal in den äußeren Bereich rein. Es gibt eigentlich immer so zwei Anteile, hier den unteren und hier den oben und alles, was parallel zur Halshübersäule läuft. Das sieht man schon bei Kiki, wenn ich hochgehe, fängt der Kopf sogar leicht an zu zittern. Echt? Ja. Und weil es da einfach nochmal intensiver wird. Deswegen hatte ich ja so ein bisschen Sorgen, als wir unten angefangen haben. Weil nach oben hin war klar, dass es hier nochmal intensiver wird. So, man merkt zwei Dinge. Okay. Erstens, Kiki hat sich an die Behandlungstechnik schon ein ganz bisschen gewöhnt. Aber du hältst durch, ich merke das schon, du hast jetzt gerade schon ziemlich zu kämpfen. Das heißt nicht, dass du das nicht merkst, sondern dass du es noch etwas mehr tolerieren kannst. Es ist aber kräftezehrend. Ja. Gut. So. Das war intensiver, als es vielleicht ausgesehen hat. Ja. Ja. Also das habe ich jetzt einfach auch gemerkt. Und da muss ich auch einen Punkt setzen. Ich würde zwar gerne noch weitermachen, aber ich glaube, das ist für dich neu. Und das ist für dich halt auch sehr intensiv. Deswegen, von der Gewebearbeit, soll das tatsächlich jetzt eigentlich erstmal reichen. Und es ist immer wichtig, den Kreislauf stabil zu halten. Und dafür brauchen wir Wasser. Und die Chance geben wir Kiki jetzt auch nochmal. Und dann gehen wir nochmal kurz an die Halswirbelsäule, aber es wird nicht mehr so intensiv. Okay? Ja. Hm. 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 So, komm, jetzt kannst du dich schon mal ein bisschen locker machen. Ja. Genau. Genau. So. Ja, jetzt ist natürlich wirklich, jetzt hast du so ein bisschen Malessen davor, ne? Hm? Wenn ich deine Halswirbelsäule mobilisiere. Hm. Hm. Was sag ich erst? Hm. 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 Sie ist befreundet mit einer, ähm, ja, Gießbeard, ne? Die sitzt bei uns am Empfang und hat dir gestern einen Instagram-Post, ne? Mhm. Mitgeschickt. Einer der ersten, die wir überhaupt gemacht haben. Und das hat sofort dazu geführt, dass du jetzt gesagt hast, bitte nicht das Gleiche machen. Hm. Und wenn man das sieht, ist das natürlich auch echt immer ein bisschen, hm. Sieht ein bisschen komisch aus. Und das führt jetzt dazu, dass du dich natürlich schon innerlich ein bisschen verspannst, ne? Und insgesamt war das heute auch echt viel, wirklich viel. Ich zeige dich von dem Sprunggelenken hoch bis nach oben hin gearbeitet und ich will dich da nicht überlasten. Wir müssen das hier oben auch jetzt nicht machen. Aber wir werden es noch machen. Hm. 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 Das werden wir noch sehen, ne? Mache nie etwas gegen den Willen des Patienten. Hm. 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 Ich würde aber sagen, für heute ist dein Energielevel leer. Hm. Und wir werden uns nochmal wiedersehen. Juhu. Denke ich auch. Hm. Hm. Dann quatsch mal jetzt noch ein bisschen, okay? Machen wir. Hm. 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 Das klappt häufig am Ende dann auch nicht mehr unbedingt. Du hast gerade selber gesagt, das ist, da muss man keinen Sport machen, ne? Hm. Hm. Definitiv nicht. Ist immer wieder überraschend, obwohl ich arbeite. Ist aber das Liegen super anstrengend, weil der Körper einfach auf Hochtouren rennt. Ja. Und das wirst du halt die nächsten Tage auch noch merken, ne? Ja. Dein Körper braucht ein bisschen Ruhe. Der wird nicht ganz so energiegeladen sein. Es kann sein, dass du Muskelkatergefühl hast an unterschiedlichsten Stellen. Weil wir haben bei dir jetzt wirklich von unten nach oben gearbeitet. Und deswegen habe ich da jetzt auch einen Punkt gesetzt. Ne? Erstens mal habe ich gemerkt, du fühlst dich da gerade nicht mit wohl. Und es war dann einfach für heute auch in Ordnung, ne? Weil halt der Körper hat jetzt sowieso viel nachzuholen. Ja, das war schon. Und ich habe da tatsächlich auch noch ein bisschen was auf dem Zettel. Halsübersäule, ne? Möchte ich gerne noch ein bisschen nacharbeiten. Schulter aber auch nochmal. Ne? Würde ich mir auch gerne angucken. Hat das zwischendurch noch gesagt. Eine rechte Schulter merkst du auch ab und zu. Und natürlich gerade bei dir. Beine nicht überschlagen, bitte. Danke. Zumindest hier. Zuhause auch nicht. Ach so, apropos zuhause, ne? In der Pause hat Kiki gerade gesagt, was freue ich mich drauf, den Bauch zu schlagen. Zuhause. Ja, das kriegen ja alle mit. Kannst du machen, dann wird es beim nächsten Mal aber mindestens genauso intensiv. Das ist, du kannst halt entweder deinem Körper jetzt die Chance geben, dass er sich umstellt. Oder du provozierst ihn genauso wie vorher und die Probleme kommen wieder zurück. Das meine ich damit. Also so viel, dann müsste, guck mal, es ist doch eigentlich auch logisch. Wenn du dich jeden Tag mit etwas provozierst, deinem Körper provozierst, also das heißt eigentlich ein Minuskonto aufbaust, dann müsste ich jeden Tag behandeln, um das überhaupt ausgleichen zu können. Weil sonst laufe ich nur hinterher. Und das solltest du dir bewusst machen, wenn du dann heute Nacht, du wirst auf dem Bauch schlafen, du wirst dich auf den Bauch drehen, dann kommt der kleine Thomas und sagt, ne, das lässt du mal schön und dann drehst dich auf die Seite oder auf den Rücken. Und glaubst du mir, das dauert eine gewisse Zeit, aber irgendwann wirst du feststellen, dass du nicht mehr auf dem Bauch liegst und vor allem auch nicht auf dem Bauch liegen musst. Vor allem, wenn das Video rauskommt, guckst du dir selber nochmal auch die Lendenwirbelsäule an, wie die liegt, wenn du auf dem Bauch liegst. Halswirbelsäule müssen wir uns nicht angucken, weil da wissen wir, da liegst du so. Aber auch hier, das ist ganz hart, deine Matratze ist weicher, das heißt, da hängst du noch mehr durch und du hast die Erhöhung oben. So viel dazu. Gut, was hast du jetzt zu tun? Erzähl ich dir gleich. Wie war es für dich? Interessant. Also das war schon, das hat sich angefühlt, als wäre, was passiert auf jeden Fall. Das ist jetzt schwierig nachzuvollziehen. Laufen sollst du jetzt auch mal nicht. Also damit wollen wir jetzt auch gar nicht anfangen. Du sollst jetzt nicht bis zum nächsten Mal laufen gehen. Das wäre jetzt nach diesem einen Mal, wäre das einfach viel zu früh. Der Körper hat jetzt einfach viel zu viele Dinge zu tun, wo er sich darauf einstellen und umstellen muss. Das muss nicht sein. Ja. War intensiv, ne? Mhm. Ja, aber so soll es auch sein. Und dafür hast du echt gut mitgemacht, gut mitgearbeitet. Ehrlich. Meinst du? Meinst du? Das ist halt, zum Ende hin merkte man einfach, okay, jetzt, jetzt reicht's. Achso, genug ist es noch nicht, weil jetzt kommt man nicht dazu, was du zu Hause machen sollst. Nicht heute und nicht morgen. Mhm. Ne? Da lässt du dir schon. Aber ab über morgen solltest du das bitte täglich machen. Eine kurze Tagesroutine. Mhm. Das heißt einmal die Seite ausrollen mit der Faszienrolle. Periformis Dehnung. Was? Periformis Dehnung. Oder Periformis Dehnung. Genau. Solltest du auch machen? Weißt du wie das geht? Did not do? Ne. Ich aber. Ich zeig dir das gleich noch. Okay. Und dann. Boah, ich bin gerade echt, das ist zu warm geworden hier drin. Achso, Dreh Dehnlagerung. Genau. Das zeig ich dir auch noch. Und mit der Rolle im Nacken. Okay? Okay. Das sind alles Übungen, die ihr bei uns auf dem Kanal nachgucken könnt. Die haben wir alle schon als Übungsvideos. Und deswegen. Das wird jetzt nochmal 10 Minuten dauern. Hängen wir das erst gar nicht dran. Wenn euch interessiert, welche Übungen das sind, dann könnt ihr einfach bei uns auf dem Kanal gucken. Da werden die alle detailliert von Felix. Meistens von Felix auch beschrieben. Insofern. Ähm. Ja. Wir machen noch einen Termin aus. Hm. Ja. Ich weiß. Das sind alle drüber. Und ja, das war's für heute. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Danke, dass du mitgemacht hast, durchgehalten hast und wir werden das bei dir wesentlich verbessern, weil wir einiges verstellen werden im Körper und in deinem Leben. Okay? Schönes Schlusswort. Das denke ich auch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben. Abonnier gerne unseren Kanal. Wenn du Fragen hast für unseren Kanal, klick einfach unten in die Beschreibung. Und ansonsten schreib uns einen Kommentar. So wie beim letzten Mal. Oder was heißt vorletztes Mal. Linda, ich weiß gar nicht wann wir das ausstrahlen. Oder meintet ihr von Kommentaren her, dass wir die Anamnese wieder mit rein nehmen. Das machen wir dann auch. Insofern, ihr habt immer Einfluss auf den Kanal. Wir hören euch auch gut zu. Genauso wie unseren Patienten. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo ihr Lieben. Ich wollte euch mal ein Feedback geben, wie es mir so geht. Eine Woche nach der Behandlung von Thomas. Ähm, Faszienmassage. Ähm, also die erste Nacht war irgendwie komisch, weil ich immer, als ich eingeschlafen bin, Thomas im Hinterkopf hatte und gesagt hab, ach, bloß nicht auf den Bauch schlafen. Ich hab ihn mir jetzt zurückgelegt und das war irgendwie schon drin. Ich hab's die Woche tatsächlich auch ganz gut geschafft auf der Seite zu schlafen. Und hab mich erstmal erschrocken am nächsten Tag. Mein ganzer Oberschenkel war blau. Und wer jetzt denkt, boah, was für eine Mimose. Wie hat sie denn da rum gekrächzt? Also, der Thomas hat schon wirklich richtig Kraft. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann geht selber hin. Ja, sonst geht's mir ganz gut. Ich hab immer mein Faszientraining gemacht. Und, ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Bachenlook, die kommt. Hab auch ein bisschen. Tschüss. Aber ich freu mich.